Hallo, ich bin zu spät. Was geht? Ach, ihr seid das gewohnt, das ist okay. Ich meine, äh... Miau... 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 Dieses Spiel gibt es eine Spielhilfe? Cool... Annapurana... Justiere den Wert, bis das Bild auf der linken Seite verschwindet und das mittlere Bild kaum noch zu sehen ist. Also bei mir wär das so. Wenn ich jetzt in OBS gucke, seht ihr nichts mehr. Ja... Ach, schee... Ach, schee... Schee... Ach, schee... Ach, schee... Äh... Miau... Einstellungen! Fadenkont... Ich will keinen Fadenkont. Ich will keinen Fadenkont. Ich will keinen Fadenkont. Ach komm, das passt so. Spielen, 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 spielen! Miau, miau, miau! Eins... Start! Ja... Ja... Es ist richtig... Mää... 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 Ja... Es gut... ... Ja... Turut! Da... Na, ne grätsiun. Na, ne gr�ätsiun. Da, ne grätsiun. Käse ... Oh, ich bin so süß, guck mal, guck mal, so süß. Oh, ich habe den Controller miaut. Warte, 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 ich muss das jetzt ums Mikrofon halten. Oh, das ist zu weiß. Ja, schön. So. Ich bin halt glücklich, in der Hieran. Oh, ich bin halt glücklich. Oh, ich bin halt glücklich. Ich bin halt glücklich. Wir spielen. Lips. Voll ins Gesicht. Ach, ich muss die alle zu ins Bett bringen. Oh, total. Bad. Nachschlafen. Ah, Rudel schlafen. Ah, Katze. Wo sind die anderen? Wo ist die Pappe? Ach, da. Strecken. So, was machen wir heute? Ja, gut. Innerhalb der Maul. Töpseltöpsel. Töpseltöpseltöpseltöpseltöpsel. Gut, táp. Oh, man kann schon mal ein Miaut in der Hand machen. Hörst du die Unklinge Katze? Oh, es miaut neben mir. So viel miau. Aha, uhu. Komm, klettern. Ich will wieder hoch. Hm, schade. Hep. Mal hep. Hm, hm. Die will nicht ins Wasser, verstehe ich nicht. Aha. Die will nicht ins Wasser, verstehe ich nicht. Oh, ich habe die Unklinge Katze gefunden. Hey. 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 Hey, du. Knuddel. Okay, okay, okay. Gutsau. Nichts auch. Schade. Ach, sie wehauen alle. Deine Katze guckt mich komisch an. Ich bin so, ich bin so, ich bin so, ich bin so. Zu spät, ich glaube, sie geht gerade raus. Tja. Kann doch die Katze nachher wieder reinholen. Oh, hallo Katzenpult. Zu spät, ich glaube, sie ist schon draußen. Pflanzen. Zeug fangen auf, also. Himmelzeug fallen. Ich will jagen. Ich muss nicht an eine Katze hin. Ah, hi. Ich bin volljährig. Ich bin volljährig. Wieder geht von deinem Zaun. Im 18. Monat. Dankeschön. Oh, eine Platze. Boah, ich kann mich schon trinken. Geil. Erstmal trinken. Schlemmen, 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 schlemmen. Trinken ist wichtig. Schlemmen, schlemmen, schlemmen. Hallo, wie geht's dir? Schlemmen, schlemmen. Schlemmen, 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 schlemmen. Hey, haut doch nicht ab. Geht so und setzt. Oh, warum nur geht so? Alles gut? Geht's tief runter? Oh, da war ein Fodenabbrücke. Geht's tief runter? Oh, da war ein Fodenabbrücke. Steht. Jaa. Traum. Ich glaube, ich irritiere meine Katze. Ach, apropos, ich muss noch das Bild posten. Ich habe ein Foto gemacht. Ich habe ein Foto gemacht. Ich habe ein Foto gemacht. Ich habe einen Foto gemacht. Es ist mein Handel. Ich habe ein Foto gemacht. Soll ich jetzt rein. Ja. Das. Good, no. 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 So, Lara, lau miau, äh, miau lauter, dann hört man sich vielleicht. Da leuchtet's. Human personal only, das ist, das ist Rassismus. Das ist Katzenrassismus. Ich hab das Gefühl, man hört das miauen vielleicht doch. Doin, 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 doin. Wo hängen da solche Schlüter, da gibt's Aliens in dem Game? Vielleicht. Aber du hörst das, wenn ich miauhe? Ja. Ja. Lips, 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 äh. Willst du hin? Wo muss ich hin? Dahin? Oder dahin? Oder dahin? Oder dahin? Oder dahin? Oder dahin? Dad. Ah, ich kann unten durchkommen. Boah. Oh, da ist die schwarze Katze da unten. Doin, 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 doin. Oh. Oh. Ich bin nur eine Katze. Miau. Mhm. Boah, toll. Ich hab irgendeine Hoffnung in irgendwas zu finden. Wasser. Was machst du da? Ja, mitmachen. Oh, ich darf nicht mitspielen. Oh, mein. Ich bin ausgegrenzt. Boah, mein Pooh. Boah, mein Pooh. Miau. Mioong. Mioong. Oh, ich hab das. Tada. Oh nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh. Nein. Nein. Oh. No. Jetzt suitele ich. Oh. 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 gods miele. Nein. Guck mal da drin. oh karte lebt noch ich muss aufhören zu weinen noch mal von vorne anfangen du kannst das hier in die tote fliegen oh, gemeindes spiel wo ist Mara? ne klarer nicht du Pfurken will ich die Treppe runterfallen? oder Robe oder irgendwas anderes oh ist voll die Müllheide oh, da ist sie hoppelt oh hi Lara es geht Lara sie ist umgekippt sie ist tot Lara sie ist tot Lara, ich seh nichts oh hast du Schlücke? Katzenschlücke was war das? ich hoffe es war flauschig oh oh Humpelkatze lebt noch oh, Humpelkatze humpelt nicht mehr gute Selbstheilungskräfte und und Einkaufskorb gibt es da Essen drin? nein schade trinken kann ich auch nicht ich will zurück zu meinen Freunden mhm mein Freund mein Freund mein Freund sorry Lara es ist halb am pennen control of me out was war das? sorry Lara so eine Katze kann sie nicht gut im Dunkeln sehen? kann nur ich nur nicht gut im Dunkeln sehen? hm ja Katzenbesuch die haben hier raus gefressen ok Fehlsprung Trophäe erhalten toll mau Entschuldigung es macht zu viel Spaß Totenstadt ist die Stadt tot oder sind ist das eine Stadt der Toten oder lebender Tote chop waaah woher auch Haw Oh, Telefonnummern, gleich mal anrufen. Äh, Pandemic Protocol. Oh, die hat eine Pandemie. Die Synchronsprächerin von der Katze von Stray heißt Lala. Naja, es gibt einen Erfolg für hundertmal Nihon. Den hast du ja dann gleich. Den krieg ich easy. Versuche nicht, die Stadt zu verlassen. Bleib zu Hause. Kommt mir bekannt vor. Vermeide Kontakt mit anderen Gewohnern. Oh, kommt mir bekannt vor. Oh, und du kommst ins Gefängnis, wenn du die Regeln brichst. Okay, cool. Kommt mir auch bekannt vor. Kommt mir für eine Stunde schlafen. Was? Kommt mir eine Stunde wieder. Ciao.